hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play single ls 17 aus der auenbach wir sind immer noch fleißig dabei hier das gesamte stroh runter zu holen das weizen runter zu holen vom feld werden jetzt auch gleich anfangen quasi das vorgebinde hier beenden oder schaffen wir nicht mehr noch eine bahn den lassen wir mal kurz hier stehen denn wir müssen sowieso die strohauplage wieder anschalten wir wollen ja ballen und dementsprechend müssen wir da mal eben herrlich animiert oder ich liebe ja wenn sich das alles bewegt der seite glaube ich nicht so doch auch ist mir jetzt gerade aufgefallen da wollen wir hier wieder unseren kleinen schnappen da ist ja auch voll glaube ich ne oh ja er hat noch seine zündaussetzer kommen noch nicht ganz so gut in die gänge das war ganz ungeniert mitten durch ja das passt sehr schön also ich kann nach wie vor sagen für mich persönlich eine sehr 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 gelungene macht immer mehr spaß auf der zu spielen und gerade wie schon erwähnt mit den alten maschinen die ich hier benutzen möchte gefällt mir richtig gut also jeder der auf alte maschinen steht für den sei das hier wärmstens ans herz gelegt so habe ich jetzt die stroh ablage angeschaltet ja das rohr wieder einfahren hier und weiter geht's das einzige ist halt der drescher könnte vielleicht noch einen außenspiegel kriegen aber wie gesagt ich muss mal damit gerhard noch mal drüber reden ob wir da nicht vielleicht uns ein bisschen moderner wobei die russische technik läuft also man kann sagen was man will der don tut seinen job ich habe auch schon vorhin gesehen also ich bin hier herumfahren gewesen und gerhard ist quasi da die straße rauf gebrettert gekommen den traktor kannte ich noch nicht auf seinem hof ich weiß nicht was er da mitgebracht hat und vor allem woher schon wieder eigentlich sagt er immer hier hat nicht so das geld naja weiß was er sich da wieder angelacht hat müssen wir nachher mal gucken ich hoffe mal nicht dass er sich da wieder eine neue maschine gekauft hat das sollte er mich nämlich lieber machen lassen naja hier noch irgendwie neue anhänger neue gruppe oder so verstehen alles im bereich des möglichen ich hoffe mal nicht also maria hat auch schon angefragt das ist der der das feld sieben gehört da drüben auch schon angefragt ob ich sie helfen kann sie hat gesehen als ich über den hof jetzt gedacht gerhard knattert hier wieder durch die gegend aber als sie dann gesehen hat dass nicht gerhard auf dem tollen drescher hier sitzt hat sie dann gleich mal gesagt ja könntest du mir vielleicht auch helfen kriegen wir hin also ich habe gesagt das kriegen wir alles hin ich habe ich ja nix na mal gucken werden auf jeden fall gleich die weizen tortur beendet haben das lagern wir erstmal ein und schauen dann mal wie sich da alles weitere verhält stürmisch hier am lenkrad auch wieder ziemlich weit gefahren irgendwo bin ich ja gerade auch gegen gefahren naja kommt der ganze weizen rein falls die ein oder andere sich fragt wieso denn gps das ding hat auch gar kein gps ja das ist richtig der drescher hat kein gps aber mein handy ich sag mal warum soll ich es dann nicht auch nutzen natürlich es geht ziemlich auf dem akku aber bei diesem ganzen neumodischen handys es ist kein samsung also von daher sollte da eher weniger was passiert und dann schauen wir mal ich habe schon mit jemanden gesprochen sag ich mal jetzt hier wo wir gerade so ein bisschen rumfahren es macht sinn auf jeden fall beim fsm modding team die augen und ohren offen zu halten also was ich so gehört habe nein was ich nicht was ich gehört habe das ist falsch ausgedrückt man munkelt was noch alles für der augenbach kommen soll und ja was noch kommen soll ist jetzt auch wieder falsch ausgedrückt man hört ja immer mal wieder was ich habe es noch nicht von offizieller seite gehört von daher ist es jetzt einfach nur für mich mal so dahingesagt aber ich werde die augenbach auf jeden fall erst erst ziemlich lange weiterspielen weil es sollen einige noch richtig schöne sachen vielleicht kommen und ihr kennt es von mir ich habe die akkendorf gespielt und dementsprechend was da drauf war das fand ich schon richtig genial wenn davon auch nur ich sag mal ein bruchteil übernommen wird auch gerade wenn dann später die ganzen neuen sachen kommen quasi also es könnte sein dass ich diese map quasi komplett ls 17 überspiele mit vielleicht mal ausnahmen sag ich jetzt mal gerade wenn man mal vielleicht neuere maschinen oder sowas präsentieren möchte das möchte ich hier nicht unbedingt machen hier bleibe ich bei meinen eingesessenen weil es ist einfach genial wie gesagt ich brauche unbedingt noch ein mb track 1800 h vielleicht so ein intercooler mit vorne einer zapfwelle dran und vorne einer frontlader konsole also quasi für die aufnahme von vorne oder auch ein kleinerer also das ist überhaupt kein thema hauptsache er kann vorne ein mehwerk transportieren das wäre schon mal echt sehr nice also wenn irgendwer jemanden kennt der einen mb track hat gerne auch als privat mod weil hier auf dieser map wird keiner mit drauf spielen außer mir und es wird auch keiner diese mods bekommen die hier drauf sind wenn es privat mods sind ich habe euch das schon mal gesagt wenn ein privat mod ist werde ich das dementsprechend auch sagen ne und ansonsten findet ihr diese mods auf verbinden mods oder über den mod tab oder über mod toaster wobei überwiegend verbinden mods ich finde es halt schön dass es so viele alte fahrzeuge mittlerweile gibt und es kommen auch im moment also wenn man so jetzt gefühlt die letzten tage immer so im auge behalten hat es sind verstärkt wieder ältere fahrzeuge umlauf siehe aus dem fenster den mb track und den die anhänger oder den drescher äh von daher mir gefällt es diese ganze neumodische kram also kannst du fahren ja natürlich klar sind ja auch super dinger aber das hier das gefällt mir der ein oder andere wird sagen ne sind aber russische fahrzeuge und ne ja sind es aber ich habe festgestellt abgesehen von den mods die vielleicht auf irgendwelchen mod seiten geklaut wurden und konvertiert wurden aber wenn das wirklich mods sind die jetzt vernünftig dort entwickelt wurden von denen äh die sind recht gut also da können sich einige deutsche mods wenn es jetzt nicht gerade von den großen mod schmieden sind die können sich echt eine scheibe von abschneiden also teilweise haben die die mods aus russland jetzt so hier so don und und wie heißen die traktoren belarus ich glaube das sind die belarus ne ich glaube in der kaukasus habe ich glaube ich so ein belarus gehabt und die haben echt die haben sound ohne ende die sind sehr gut animiert ähm das macht echt spaß und laune die zu spielen na wobei wenn ich mir die mb trucks angucke das pendant jetzt quasi ne von forbidden mods ähm soundtechnisch kommt da kaum jemand ran ne und sowas liebe ich ich liebe solche sachen wenn die dann noch schmutzig werden dann ist alles gut dann gibt es nix schöneres das macht einfach nur spaß kann ich sagen was ihr wollt mir persönlich macht es spaß oh das wird glaube ich nix in einer bahn müssen wir zweites mal aber passt hier ist auch gleich die feld ausfahrt besser time konnten wir es gar nicht ja dann können wir gleich auch mal ordentlich ballen machen würde ich sagen dann muss ich ja das lässt mir keine ruhe ich muss ja erstmal schauen was gerhard da schon wieder gekauft hat oder was er da rumgefahren ist vielleicht habe ich mich einfach nur getäuscht und das ist ein traktor hier den er schon hatte muss ja eh das schneidwerk hierher holen kann ja mal gucken was er auf dem hof hat drescher abtanken kann ich ja auch nicht ist ja quasi noch voll hätte ich so einen dritten anhänger hinterhängen müssen aber gerhard hat ja keinen dritten anhänger so stopp siehst du wohl können wir das gleich hier weg holen sehr schön jetzt wollen wir erstmal gucken lass mir jetzt keine ruhe wieso macht der denn das nicht oben ins maul das ist doch ganz normal ich hätte das ja jetzt oben reingehangen naja gut ach so wir haben ja jetzt oh 10 hier ne brauchen wir gleich nur noch einen anhänger ne na na geht da haben wir jetzt aber stroh du hier steht immer noch der schneidwerkswagen das lässt mir jetzt echt keine ruhe da ist gerhard mal mal gerhard hallo gerhard geht die tür nicht auf die tür geht nicht auf doch jetzt äh ist er wieder weg wo ist er hin gerhard ja ich hab dich vorhin gesehen sag mal welcher traktor war das mit dem du da gerade gekommen bist grinst nicht so ich weiß genau du weißt genau was ich mein ja ja ich kenne dich da ja ich geh da gleich mal schauen he 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 da gehen wir doch gleich mal gucken was er da wieder hat sag ich doch der hat sich was neues geholt hopp hätten wir es fast vergessen hier hopp hoch hat er nicht ganz abgekippt was denn da los zack also gerhard hat gesagt vorne in der halle dann schauen wir doch mal was er da hat und ach nee gerade eben haben wir noch von belarus gesprochen er hat sich tatsächlich hier sogar noch mit russischem kennzeichen du ach ich möchte nicht wissen wo er das ding wieder her hatte eieieieiei läuft der ja gut er ist damit gefahren muss eigentlich laufen läuft auf jeden fall ein bisschen unrund dann haben wir ein fahrzeug mit dem wir gleich das schneidwerk abholen das ist ein kerl du ei 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 ja gut dann haben wir schon mal das tor auf aber das soll es mal für heute gewesen sein ich sage vielen lieben dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen würde mich freuen wenn ihr daumen hoch ein abo und vielleicht ein kommentar da lassen würdet und schaltet gerne beim nächsten mal wieder ein wenn es weiter geht aus der augenbach ich wünsche euch einen schönen abend schöne nacht schönen morgen je nachdem wann ihr euch das video im nachhinein nochmal anschaut und sag bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal